Hallo und herzlich willkommen zurück zum weiteren Video von meinem Kanal. Du möchtest bis zu 500 Euro pro Woche verdienen oder du möchtest bis zu 7500 Dollar pro Monat verdienen oder du möchtest bis zu 5000 Dollar pro Monat verdienen. Ich habe auf jeden Fall die eine oder andere ganz coole Webseite heute wieder am Start für dich. Insgesamt sind es heute 6 Stück, bleib auf jeden Fall dran. Lass dir sehr gerne einen Abonnenten, einen Like da und ich würde sagen, wir legen direkt los mit der ersten Webseite. Die erste Webseite im heutigen Video ist die Webseite Freelancer Check. Hier findest du sehr viele verschiedene Jobs und Projekte als Freelancer. Das Ganze ist natürlich komplett kostenlos, dich hier zu registrieren. Und dann siehst du eben sehr viele verschiedene Projekte. Du findest hier zum Beispiel auch direkt neue Projekte und dann sind hier ein paar Beispiele. Programmierung oder sowas wie Java Engineer oder eher PA Entwickler und vieles, vieles mehr. Vielleicht findest du da irgendein Projekt, was dich interessiert. Ja, du siehst hier unten ein paar Beispiele. Du kannst hier im Bereich von IT-Entwicklung Geld verdienen, SAP-Entwicklung, Web-Entwicklung, Marketing, Vertrieb, Management, Ingenieurwesen, Technik oder auch Medien und Design. Das heißt, du hast hier ein paar verschiedene Kategorien, ein paar mögliche Bereichen, mit denen du hier Geld verdienen kannst. Und das ist auf jeden Fall, finde ich persönlich, eine ganz, ganz coole Plattform, wo du dann eben das ein oder andere Projekt vielleicht finden kannst und dann hier eben darüber Geld verdienen kannst. Ich find's ganz nice. Kann man meiner Meinung nach auf jeden Fall auch mal abchecken. Natürlich, was ich auch noch kurz erwähnen möchte, wie viel du jetzt mit dieser Plattform verdienen wirst, hängt natürlich sehr stark davon ab, welches Projekt du machst, wie viele Projekte du machst, wie lange die Projekte gehen und so weiter. Deswegen, das können ein paar 100 Euro pro Monat sein, das können ein paar 1000 Euro pro Monat sein. Das ist eben sehr, sehr unterschiedlich, aber da hier auch sehr viel im Bereich Programmier-Jobs da sind, kannst du schon davon ausgehen, dass du da schon ein bisschen mehr verdienen wirst. Deswegen, finde ich ganz nice. Kann man, wie gesagt, auf jeden Fall auch mal abchecken. Dann haben wir Study Pool, die habe ich auch schon ein paar Mal vorgestellt auf meinem Kanal. Hier siehst du, du kannst bis zu 7500 Dollar pro Monat verdienen von zu Hause, indem du quasi als Tutor arbeitest. Und dann siehst du hier, wie gesagt, Earn Money Answering Homework Questions und dafür bekommst du dann eben auch Geld, wie gesagt. Es ist eine sehr, sehr coole Plattform, es ist eine sehr große Plattform. Du siehst hier die Highest Earners, 91.000 Dollar, 89.000 Dollar und so weiter. Hier siehst du auf der linken Seite die Recent Questions, 5 Dollar für 15 Dollar, für 7 Dollar, für 3 Dollar, 20 Dollar und so weiter. Hier siehst du quasi die Top Tutoring Subjects, also die Fächer. Die sind dann von Accounting zu Algebra, Business, Chemistry, Programmieren, Mathematik, Management, Science, Law, Psychology, Writing und so weiter. Das sind auf jeden Fall sehr viele Subjects und wenn du eben dich auskennst, wenn du gerne arbeiten möchtest, wenn du hier so Fragen beantworten möchtest und dafür bis zu 7500 Dollar verdienen möchtest, könnte die Webseite ganz interessant sein Study Pool. Realistisch gesehen wird es aber wahrscheinlich eher so 2000 bis 5000 Euro pro Monat sein. Natürlich je nachdem wie viel du machst, das ist natürlich auch ganz klar. Wenn du jetzt aber sagst, du möchtest nicht als Tutor hier arbeiten, du möchtest jetzt hier nicht irgendwelche Homework-Fragen beantworten, hättest du noch die Möglichkeit deine alten Dokumente, deine Schuldokumente zu verkaufen und da kannst du bis zu 5000 Dollar pro Monat verdienen. Auch hier, es wird nicht ganz so viel sein. Du bekommst 10 Dollar Everytime a Student's Views won, was ich ganz cool finde. Auch das ist mega, mega einfach. Du lädst dein Dokument hier hoch, sei es jetzt irgendwelche Class Notes oder irgendwelche alten Hausaufgaben oder ähnliches. Das System wird quasi dann deine Datei überprüfen und wenn das alles passt, können die Students das Ganze ansehen und du bekommst dann eben jedes Mal 10 Dollar. Und hier siehst du die Recent Top Selling Documents. Das ist hier zum Beispiel, das wurde 734 Mal verkauft. Total Sales 4404 Dollar. Da ist auf jeden Fall ein bisschen was möglich. Hier 488 Mal verkauft, 3400 Dollar. Da kannst du hier auf jeden Fall den einen oder anderen Euro verdienen, auch indem du deine alten Dokumente verkaufst oder eben indem du hier als Tutor wirst. Je nachdem, worauf du Bock hast, hast du hier diese zwei Möglichkeiten. Ich finde es ganz nice. Study Pool ist eine sehr, sehr coole Webseite. Kann man meiner Meinung nach auch auf jeden Fall mal abchecken. Dann haben wir Adplex. Hier kannst du Geld verdienen, indem du Online-Kurse erstellst und die hier über die Webseite dann verkaufst. Du siehst hier, upload your Online-Kurses and teach students from all around the world. Warum sollte man hier quasi teachen bzw. warum solltest du hier Online-Kurse veröffentlichen? Du bekommst eben Geld jedes Mal, wenn sich jemand deinen Online-Kurs kauft. Du hilfst Studenten natürlich und kannst quasi, ja, dem Team joinen und loslegen. Es ist ganz, ganz einfach, wie du hier Instructor werden kannst. Du füllst das Ganze hier auf der linken Seite aus. Ja, fill in die Sign-Up-Form, upload your Content-Link and submit. Also das ist wirklich ganz, ganz einfach. Danach wird das Ganze von der Plattform angesehen. Und wenn das alles passt, dann wird das Ganze hier veröffentlicht. Und du kannst quasi loslegen und Geld verdienen. Wirklich, wirklich einfach. Du kannst jetzt unten auf Bekommen Instructor gehen, dann kommst du hier auf die Webseite. Es ist ganz, ganz einfach. Es ist ganz cool. Es ist mega, mega easy. Du musst natürlich erstmal diesen Online-Kurs erstellen. Das ist natürlich ein bisschen Arbeit. Aber wenn dieser Online-Kurs mal erstellt ist, dann kannst du den hier hochladen. Und dann ist es quasi so eine kleine passive Einnahmequelle, die nebenbei läuft. Klar, so einen guten Online-Kurs zu erstellen, das dauert ein paar Stunden. Das dauert seine Zeit. Das ist jetzt nicht in zwei, drei Stunden erledigt. Aber wenn du einen guten Online-Kurs hast, kannst du den hier veröffentlichen, hier verkaufen und darüber passiv ein bisschen was nebenbei verdienen. Adplex, finde ich ganz nice. Kann man auf jeden Fall auch mal abchecken. Dann haben wir eine sehr einfache Möglichkeit, wie du ein paar Euro verdienen kannst. Das werden jetzt hiermit keine, hiermit wirst du jetzt keine 500 Euro pro Woche verdienen. Aber das ist eine coole Webseite, wo du als Anfänger Geld verdienen kannst. Und zwar SurveyYear. Hier kannst du Geld verdienen mit dem Beantworten von Umfragen. Das Ganze ist ganz, ganz einfach. Du bekommst immer regelmäßig Umfragen. Diese Umfragen beantwortest du dann. Du bekommst Euro. Diese Euro kannst du dann in Form von Paypal oder Amazon-Gutscheine ausbezahlen. Es ist wirklich, wirklich easy. Das Registrieren ist kostenlos. Du kannst dann immer mal wieder ein paar Euro verdienen. Es ist eine sehr, sehr coole Webseite, finde ich. SurveyYear. Wenn du eben mit Umfragen Geld verdienen möchtest, könnte die Webseite auf jeden Fall ganz interessant sein. Wenn du jetzt ein paar hundert Euro mit Umfragen pro Monat verdienen möchtest, dann solltest du so 10 bis 20 Umfragewebseiten aktiv nutzen. Dann kannst du das schaffen, so 200, 300 Euro pro Monat zu verdienen mit Umfragen. Wenn du jetzt nur eine Umfragewebseite nutzt, sind wahrscheinlich so 10, 20, 30, 40 Euro pro Monat möglich, je nach Webseite unterschiedlich. Viel mehr wird es aber da nicht sein. Deswegen, wenn du so ein paar hundert Euro verdienen möchtest, empfehle ich so 10 bis 20 Umfragewebseiten nutzen. Eine von diesen vielen, die es gibt in dem Bereich, wäre eben SurveyYear. Ich finde die ganz cool. Die kann man auf jeden Fall abchicken. Ja, natürlich wirst du auch hier, wie bei jeder Umfragewebseite, immer mal wieder von Umfragen ausgeschlossen. Das ist ganz normal. Das hast du bei jeder Umfragewebseite. Das musst du dir natürlich bewusst sein. Aber, wenn du als Anfänger Geld verdienen möchtest, könnte auch die Webseite ganz interessant sein. Dann hätten wir Prolific. Hier kannst du Geld verdienen als Online-Researcher. Du musst ein paar Fragen beantworten und ähnliches. Und kannst dann hier quasi als Researcher Geld verdienen, was ich persönlich ganz cool finde. Du kannst hier oben rechts auf Participant gehen. Und dann siehst du hier, Contribute to World Changing Research Earn Money for Sharing Your Unique Experience Today. Und wenn wir jetzt hier ein bisschen nach unten gehen, unten bei Earn Money siehst du dann, dass du bis zu 8 Dollar pro Stunde hier verdienen kannst. But many pay more. Ja. Das heißt, Minimum 8 Dollar pro Stunde plus eben auch verschiedene Bonis und Instant Cashouts. Du bist hier komplett anonym unterwegs, was ich auch ganz cool finde. Und du hast komplett flexible Stunden. Du kannst dann arbeiten, wann es dir passt. Wenn du Zeit dazu hast. Wenn du Lust dazu hast. Was ich ganz cool finde. Du bist da sehr flexibel. Und du hast hier unten noch ein paar Fragen, die du dir hier durchlesen kannst. Du musst dich hier, das ist so ein kleiner Nachteil. Du musst dich hier erstmal auf eine Warteliste setzen lassen, was ich ein bisschen schade finde. Aber lass dir Zeit. Du kannst dich ja jetzt schon mal auf eine Warteliste hier setzen lassen und dir in der Zwischenzeit eine andere Webseite suchen. Und wenn du dann hier angenommen wirst, kannst du dann hier loslegen. Das dauert ganz unterschiedlich. Das kann ein paar Wochen sein. Das kann ein paar Monate dauern. Das ist natürlich ein bisschen schade, muss man sagen. Aber je früher du auf die Warteliste gehst, umso besser ist es natürlich. Aber natürlich muss man das ganz klar erwähnen. Ich bin da sehr transparent natürlich zu euch. Dementsprechend seid euch da natürlich bewusst, dass ihr da ein bisschen warten müsst. Und wie gesagt, könnt ihr hier 8 Dollar, 9 Dollar, 10 Dollar pro Stunde je nachdem verdienen. Finde ich ganz cool. Hier Server Complete und so weiter. Finde ich ganz nice. Kann man machen. Prolific. Checkt auch die Webseite natürlich gerne mal ab. Dann haben wir die Webseite dissolve.com. Hier kannst du Geld verdienen, indem du Fotos verkaufst oder Videos verkaufst. Ganz einfach eigentlich. Du kannst bis ganz nach unten gehen. Dann findest du hier Big Camera Contributor. Und kannst dich dann hier registrieren. Und dann kannst du hier dann eben deine Bilder und Videos verkaufen. Da empfiehlt es sich natürlich im besten Fall, eine richtige Kamera zu haben. Oder du hast ein Handy mit einer teuren Kamera, mit einer guten Kamera. Dann wäre auch das eine Möglichkeit. Aber wenn du es richtig machen möchtest, empfiehlt es sich da wirklich ein bisschen was zu investieren in eine richtige Kamera. Dann erstellst du ein paar Bilder. Du bearbeitest die Bilder mit verschiedenen Programmen. Je nachdem, was du gerne nutzen möchtest. Und dann kannst du die Bilder auf verschiedenen Webseiten veröffentlichen. Das würde ich dir auch empfehlen. Du solltest da dann immer darauf achten, dass die Webseiten eine Non-Exclusivity haben. Das heißt, dass du dann die Bilder auf mehreren Webseiten gleichzeitig veröffentlichen kannst. Dadurch hast du dann eben eine größere Reichweite. Und potenziell mehr Leute, die dein Bild dann kaufen. Deswegen, das wäre auf jeden Fall ein kleiner Tipp von mir. Und damit kannst du natürlich auch, wenn du ein Bild hochgeladen hast, wenn du ein Video hochgeladen hast hier, kannst du damit immer mal wieder ein bisschen was passiv verdienen. Ich finde es ganz cool. Dissolve.com kann man auch auf jeden Fall abchecken. Wenn du eben Geld verdienen möchtest mit Bilder und Videos und ähnliches. Dann könnte wie gesagt die Webseite auch ganz interessant sein. Ich finde es ganz nice. Dissolve.com Freelancer Check ist wie gesagt eine sehr, sehr coole Plattform. Wenn du Projekte und Jobs suchst als Freelancer, dann könntest du die ja gerne mal abchecken. Wenn du eben bis zu 7.500 Dollar pro Monat verdienen möchtest. Wie gesagt, realistischer eher so 2.000, 3.000, 4.000 irgendwo in dem Bereich. Wenn du das verdienen möchtest als Tutor oder eben indem du alte Schuldokumente verkaufst, könnte Study Pool ganz interessant sein. Finde ich eine sehr gute Webseite. Adplex, wenn du Online-Kurse verkaufen möchtest. Auch eine coole Alternative zu den vielen, die es gibt. Auch die kannst du auf jeden Fall abchecken. Wenn du als Anfänger Geld verdienen möchtest. Survey, yeah, sehr, sehr nice. Kann man auf jeden Fall auch abchecken. Du hast immer mal wieder Umfragen. Natürlich jetzt nicht jeden Tag irgendwie 5 Umfragen. Aber immer mal wieder pro Woche kommen da ein paar Umfragen zusammen. Kann man auf jeden Fall auch abchecken. Prolific als Researcher. Auf jeden Fall auch ganz interessant. Bis zu 8 Dollar. So 8, 9 Dollar pro Stunde. Ist jetzt nicht extrem viel. Ist aber trotzdem auch noch ganz okay, finde ich. Auch die könnte vielleicht ganz interessant sein für den einen oder anderen. Oder eben, wenn du Bilder und Videos verkaufen möchtest. Könnte Dissolve auch ganz interessant sein. Ist auch eine coole, solide Webseite in dem Bereich. Du möchtest mit dem Schreiben von 4 Buchstaben 500 Euro verdienen. Dann check mal das Video hier oben ab. Oder wenn du auf der Suche bist nach einer Playlist zum Thema im Internet Geld verdienen. Check gerne mal die ab. Lass gerne ein Abo und ein Like da. Das Ganze ist kostenlos. Du verpasst dadurch keine Videos. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal.